Hallihallo. So, Identität, Werte, Gemeinsamkeiten der Partei. Machen wir heute zum ersten Mal. Wir hatten das Thema schon mal in Wiesen auf dem Hessen-Campus und beim Selbstfindungsgrillen und haben da immer über gefühlte Einigkeiten gesprochen. Das war nicht schön, aber wir haben nie was aufgeschrieben. Heute würden wir gerne über ein paar Sachen diskutieren und am Ende auch mal was Lieder schreiben, worauf wir uns alle einigen können. Was so der Grundkonsens ist. Schlauerweise hatte ich keine Zeit, mich vorzubereiten. Der Reinhardt allerdings schon. Der Reinhardt und ich haben ähnliche Slots eingereicht. Die wurden zusammengelegt. Der hat auch ein paar Folien gemacht, die zeigt uns gleich. Der Jörg, der sitzt hier vorne, der hat sich ebenfalls vorbereitet und hat das auf dem BIMA-Ritte gleich schön aufbereitet und wird hier die Moderation angeblich übernehmen und auch mitschreiben. Wenn du mal die Folien jetzt von Ihnen gleich online bringst, dann gebe ich hier mal weiter. Die Folien sind online, oder? Nein, ich habe alles hier. Das Thema Grundwerte, wie der Stefan sagte, ist schon mehrfach diskutiert worden, von Ihnen ja auch eingebracht worden. Warum ist das Thema, also ich will eigentlich nur kurz darauf eingehen, warum ich das Thema Grundwerte für wichtig halte und warum ich es für notwendig halte und auch für eine notwendige Voraussetzung halte, dass wir Grundwerte definieren. Weil das für mich die Voraussetzung für das ist, was so in der Piratenpartei als Politik 2.0 kursiert, beziehungsweise das, was ich darunter verstehe. Und ich möchte euch einfach mal jetzt ein Modell vorstellen, was ich darunter verstehe. Und wie gesagt, am Schluss komme ich dann wieder auf die Grundwerte zu sprechen, die wir dann mit Inhalt füllen sollten und aufschreiben sollten, damit wir wirklich die Grundlage haben für die neue Politik. Wie läuft Politik so nach meiner Wahrnehmung üblicherweise ab oder häufig ab? Häufig läuft es so, dass es irgendein Problem gibt, ein politisches Problem wird definiert, eingebracht in die Politik und dann bildet sich die Partei A eine Meinung, wie die Lösung aussehen könnte, die Partei B bildet sich eine Meinung, wie die Lösung aussehen könnte, C und D auch. Die Lösungen von Partei C und D, die laufen ins Leere, weil die gerade in der Opposition sitzen. Und Partei A und Partei B setzen sich zusammen und machen dann halt aus ihren unterschiedlichen Positionen ein Kompromiss. Also meine Thesen, wie Politik 1.0 aussieht, also das Anbieten von konkreten Lösungsinhalten für politische Probleme führt dazu, dass Positionen eingenommen werden, die ungern verlassen werden. Ja, also wir können das als Beispiel nehmen, beispielsweise das Thema Elterngeld. Ja, da hat halt die CDU ein Problem wahrgenommen, ACSU hat ein Problem wahrgenommen, hat gesagt, um dieses Problem zu lösen, dass eben auch die Mütter, die ihre Kinder zu Hause erziehen, was davon haben, brauchen wir das Elterngeld. Ja, und ein Problem, eine fertige Lösung und andere Parteien waren anderer Meinung und darüber wurde sich dann unterhalten, aber die CSU hatte das zu ihrem Thema gemacht und konnte deswegen diese Position noch nicht mehr verlassen. Bürger und Betroffene können sich in diese Diskussion letzten Endes nicht einbringen, es sei denn, sie beteiligen sich an den Diskussionen in den Parteien. Letzten Endes werden in der Regel die Positionen nicht vollständig durchgesetzt, sondern es werden irgendwelche Kompromisse gemacht, aber nicht immer sind Kompromisse die wirklich besseren Lösungen. Ja, manchmal ist ja eine Lösung irgendwie schon durchdacht, also eine angebotene Lösung durchdacht und rund und wird durch einen Kompromiss eigentlich zu einer schlechteren Lösung. Häufig werden in den Verhandlungen dann Positionen besetzt, von Ausgangspositionen besetzt, die einfach jenseits dessen sind, was man erreichen will, einfach weil man weiß, in den Verhandlungen, da geht es dann, gebe ich dir was, gebe ich mir was, so immer Stück für Stück nähert man sich an, deswegen fordert man das Doppelte von dem, was man haben will. Oder es werden verschiedene Themen miteinander vermengt, also, was weiß ich, Elterngeld hier und irgendeine FDP-Position auf der anderen Seite, damit die FDP dem Elterngeld zustimmt, dann stimmt die CSU dem anderen zu. Kompromisse sind nicht die besten Lösungen, hatte ich schon gesagt, und die eigene Position, wenn die eigene Position durchgesetzt wird, dann bedeutet das ja für den anderen, dessen Position eben nicht, der seine Position nicht durchsetzen konnte, ist das letzten Endes eine Verletzung, es findet hier, wir hatten ja vorhin das Thema Kommunikation, es gibt immer eine Beziehungsebene und es entsteht ein Schaden auf dieser Beziehungsebene, wenn ich meine Position gegenüber dem Widerstand eines anderen durchsetze. Und dieser Schaden auf der Beziehungsebene, der wird irgendwann wieder umgedreht, dann kommt nämlich der andere und versucht dann das gleiche Spiel auf meiner Seite. Das sind einfach Thesen, die ich auch gestellt habe, das muss nicht alles richtig sein, nicht alles auf jede Situation passen, aber das ist etwas, was ich gern anders machen möchte. Und wie will ich das anders machen? Ich will das anders machen, indem wir eben jetzt und hier über die Grundwerte reden, indem wir die Grundwerte festlegen und die Grundwerte definieren. Grundwerte als Werte, hinter denen quasi alle stehen. Werte, die wir miteinander teilen. Ein Gesellschaftsbild, das wir haben wollen, das wir alle haben wollen. Und aus diesen Grundwerten heraus möchte ich dann unsere Ziele entwickeln. Ziele sind auch noch nicht die konkreten Maßnahmen, sondern erst das, was ich erreichen will. Also, was weiß ich, eben beim Beispiel Elterngeld zu schreiben, nicht, dass ich jetzt hier Geld in die Hand nehme und den Leuten ein paar in die Hand drücke, sondern, dass ich irgendwie fördere, die Kinder letzten Endes, die Kindererziehung fördere. Das ist letzten Endes das Ziel, das dahinter steht, für das es auch eigentlich eine große Mehrheit gibt. Ja, nur der Weg dahin, das ist eben die Frage, um die es geht. Aber ich will auf dem Punkt stehen bleiben, wo wir Ziele definieren und Ziele festlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Und aus diesen Zielen will ich dann unser Programm entwickeln. Diese Ziele kann man immer ein Stück weiter runter drücken, aber daraus will ich das Programm entwickeln. Also, Grundwerte sind die von allen getragenen und geteilten Grundwerte im Sinne eines angestrebten Gesellschaftsbildes sozusagen als das Leitbild. Daraus werden für konkret politische Themen Zielen entwickelt. Ziele haben immer Bezug zu den Grundwerten und werden durch diese begründet. Und Ziele werden so konkret wie möglich, aber bei gleichzeitiger Erhaltung des größtmöglichen Konsens entwickelt. Natürlich wird es immer, wo Leute gehen, wo sagen, das kann ich jetzt nicht mehr mittragen, aber mein Ziel ist schon, oder ich möchte schon, dass wir einen möglichst großen Konsens haben bei unseren Zielen und bei unserem Programm. Und die Grundwerte, das ist die Voraussetzung, dass wir daraus Ziele entwickeln und das sind die Gründe, die Begründungen für unsere Ziele, das Gesellschaftsbild, das wir haben. Die Maßnahmen am Schluss, die politischen Maßnahmen sehe ich als Prozess, das sehe ich als etwas Dynamisches, nicht als eine vorgefertigte Lösung, wie ich jetzt anbiete, sondern als einen Prozess. Ein Prozess, der ähnlich wie so ein Qualitätsprozess läuft. Das heißt, ich entwickle diese Maßnahmen, um ein politisches Ziel zu erreichen, gemeinsam mit den Betroffenen, mit den Bürgern, mit den Menschen, die es betrifft. Gleichzeitig mit der Entwicklung der Maßnahmen lege ich aber auch Kriterien fest, wo ich sage, die Maßnahme soll dazu führen, dass ich das Kriterium erreiche, weil das Kriterium sagt dann aus, ob ich meinem Ziel näher gekommen bin oder nicht. Und am Schluss überprüfe ich auch nochmal meine Maßnahmen, indem ich sage, wie haben sich die Kriterien entwickelt, sind wir wirklich unserem Ziel näher gekommen. Also, um das hier fortzusetzen quasi, dass ich eben hier Maßnahmen entwickle und Kriterien definiere, als politischer Prozess unter Beteiligung der Bürger und der politischen Partner, dass ich dann diese Maßnahmen eben anwende und überprüfe. Die Überprüfung erfolgt eben anhand der Ziele, die ich definiert habe und anhand der Kriterien. Und dann entwickle ich die Maßnahmen weiter, verbessere ich, gucke ich, kann ich noch mehr machen, um die Ziele zu erreichen. Das Ganze fängt also quasi wieder von vorne an. Das ist so das Modell, das ich mir vorstellen würde für eine neue Politik. Und die Voraussetzung dafür sind eben die Grundwerte. Und der Stefan hatte sie ja schon mal zusammengefasst in einem Blog. und ich habe sie hier nochmal aufgeschrieben, das ist das, worüber wir jetzt hier eigentlich reden wollen. Welche Grundwerte sind es, die wir alle teilen? Welches Gesellschaftsbild haben wir? Was wollen wir erreichen im Sinne dieser Grundwerte? Nicht alles, was da steht, ist auch zwingend ein Wert. Wir müssen irgendwann unterscheiden, was Werte sind und was unsere Passwörter sind. Und wie auch immer, ich hoffe, dass wir das heute gut diskutieren. Und ich sehe hier schon ein paar Fragen. Willst du uns gleich losmoderieren, Jörg? Ich will erstmal den Rechner wechseln. Okay, dann, ich sehe schon den Erik, der brennt eine Frage auf dem Herz. Ja, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was jetzt daran anders ist als bei anderen Parteien, im Prinzip. Also meines Wissens haben im Prinzip alle Parteien irgendeine Art von Grundsatzerklärung, wo sie versuchen, in ihrem Rahmen ja Fähigkeiten, muss ich sagen, ihr Menschen- und Weltbild darzulegen und dann leiten sie daraus ihre Programme ab. Und dann verändern sie ihre Programme, dafür machen sie Parteitage und so weiter. Man kann darüber diskutieren, wie gut sie das machen, ja, und wie gut dieses Feedback funktioniert und alles. Aber ich habe jetzt nicht, überhaupt nicht verstanden, was jetzt substanziell neu ist an deiner Idee. Danke mal. Ich glaube, der Thuma möchte darauf antworten. Hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber ich glaube, das, was anders ist, was wir anders machen, ist, dass wir die Menschen einbeziehen. Ganz einfach. Also wir gehen nicht her und glauben als Partei hier, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und die Lösungen den anderen vorgeben zu können, sondern wir fragen sie und hüpfen sie aktiv ein und jeder kann sich halt eben mit einbringen und, ja, also es ist mein, also es ist mein Problem. In der Praxis, ja, sehe ich es natürlich auch so, deswegen bin ich ja hier. Aber jetzt war es ja ein theoretischer Ansatz und da sehe ich jetzt nicht den substanziellen Umgeschied. Das ist ja ein Regelkreis, das ist ja nichts Neues an sich, ja, aber die Frage ist, wie setzt es um? Also man muss ja das Rad nicht immer von vorne erfüllen. Die Frage ist halt, mit welchen, das ist wie bei den Hammer, den Hammer, mit dem kannst du jetzt Nägel einschlagen, die Wand oder du kannst den Kopf einschlagen, ja. Und bloß weil dir jemanden den Kopf einschlägt, heißt das nicht, dass der Hammer jetzt irgendwie durch irgendwas anderes ersetzt werden muss, sondern man muss sich darüber überlegen, wofür setze ich ihn ein und, ja. Also bevor wir jetzt lang über Unterschiede zu anderen Parteien reden, da kommen wir vielleicht am Ende zu, nachdem wir über ein paar Werte diskutiert haben, damit würde ich ganz gern beginnen. Ich möchte anmerken, wir haben ja hier die Situation, dass wir zwei Slots kombiniert haben, weil was der Reinhardt und ich als Idee hatten, diesen politischen Prozess zu ändern, ja, das, was er jetzt hier formuliert hat, wofür ich auch einen Antrag auf dem Landesparteitag gestellt habe, der genau in diese Richtung geht. Das ist der eine Teil. Aber um da hinzukommen, müssen wir erst mal das machen, was der Stefan als Thema hatte, nämlich um unsere eigenen Grundwerte klar wird. Und deswegen so gerne ich jetzt mit dir diskutieren würde, was da jetzt 2.0 dran ist oder was da das Neue ist oder warum wir es an der Partei nicht machen, würde ich das einfach jetzt hier zurückstellen wollen, weil das ist der Rahmen, über den wir reden und über diesen Prozess, der dort beschrieben wird. Wie gesagt, da gibt es den Antrag, über den ich mich über Feedback auch mal freuen würde, das geht ja jetzt noch, und ich würde jetzt gerne hier die Runde nutzen, um sich intensiv mal überlegen, unsere Grundwerte auseinanderzusetzen. Und dass es für euch okay ist? Du streichst es eben, das ist schön. Ja, ja, das ist das auch die prezale Vorbestimmung. Gut, also zunächst einmal noch zum Thema Grundwerte. Es gibt einen Unterschied zwischen Parteiwerten und Partei-Identität. Also wir haben Werte darüber, wie wir in der Partei arbeiten, Basisdemokratie, jeder Pirat eine Stimme und noch ein paar andere Punkte. Das ist aber jetzt nicht der Fokus dessen, was wir nach außen vertreten wollen. Deswegen macht es vielleicht Spaß, hier mitzuarbeiten, aber deswegen werden wir nicht gewählt. Deswegen, es sollte hier jetzt darum gehen, dass wir die Grundwerte, die wir in die Gesamtgesellschaft tragen wollen, dass wir darüber reden und nicht so sehr über unsere Organisation, wie wir uns intern organisieren wollen. Das nur als Vorwort. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe eigentlich die Sachen, die der Stefan schon aufgelistet hatte, und diverse Pads, die es zu diesem Thema gibt. Es gibt da aus Berlin jemanden, der hat da auch nochmal eine Liste gemacht und so weiter. Ich habe das alles durchgeforstet gestern und heute Morgen und habe versucht, die wichtigsten Stichworte und Passwörter und auch die richtigen Kernpunkte zusammenzufassen, das alles ein bisschen zuzuordnen zu den einzelnen Themen. Ich habe das jetzt hier schon mal hingeworfen. Ziel wäre für mich, dass wir jetzt über jedes dieser einzelnen Punkte reden und feststellen, ob wir da einen Konsens erreichen, ob wir da vielleicht sogar zu einer Formulierung kommen, ein, zwei Sätzen, wo die meisten hier sagen würden, finde ich gut, und dass wir dann zum nächsten Punkt kommen. Also, dass wir uns nicht verzetteln, sondern idealerweise wirklich über alle, das sind acht Punkte und hinten noch Sonstiges, was ich nicht einordnen konnte, kurz reden können. Von daher möchte ich eben bitten, fokussiert hier weit zu bleiben. Das erste Thema wäre eben Gleichheit, gleiche Rechte. Und dazu bitte ich um Wortmeldung. Also, ich finde sozusagen, also, inhaltlich finde ich es okay, aber die Formulierung, jeder Mensch ist gleich, damit kann ich nicht anfangen, weil es einfach nicht korrekt ist. Das schlingt so ein bisschen sozialistischer Ansatz, diese Gleichheit der Menschen. Also, jeder Mensch ist halt ein persönliches Individuum. Ich glaube, Gleichheit und gleiche Rechte sind zwei sehr verschiedene Dinge. Und ich glaube nicht, dass wir Gleichheit ansprechen, sondern wir wollen Verschiedenheit unter gleichen Rechtsbedingungen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Gleiche Chancen. Ich weiß nicht, ob Chancen nicht auch kürtisch schon irgendwie verbaut ist. Ich denke mir, von der Idee her gut, aber Fakt ist, der erste Satz ist, denke ich, die falsch. Wenn ich mich neben den Stefan vorne hinstelle, wird jeder sehen, wir sind nicht gleich. Und das lässt sich nicht weg, das ist gut, ja. Das lässt sich auch nicht sozialistisch wegbefehlen. Wir sind anders. Wir sind alle, ich sage mal, ein bisschen anders. Jeder hat andere Vorlieben. Fakt ist, was aber wichtig ist, dass jeder die gleiche Grundrechner hat und haben muss und zugestanden bekommen muss. Gleichzeitig hat aber jeder durchaus vielleicht unterschiedliche individuelle Bedürfnisse. Vielleicht auch durch seine Körperlichkeit eben, dass der eine vielleicht technische Hilfsmittel braucht oder ähnliches. Wir sind nicht gleich. Und wichtig ist, dass wir Formen finden, wie wir miteinander leben können, sodass jeder praktisch das bekommt, was für ihn wichtig ist. Und das müssen wir, ich sage mal, mit irgendeiner Form in Worten, klar. Aber ich denke, das ist falsch geworden. Möchtest du Schlagwörter aufzählen oder möchtest du so eine Art Antikoden machen, also Pluralität oder Transpluralität, gleiche Rechte oder so was? Schön wäre eine Überschrift und jeweils zwei Sätze. Das wäre mein Idealbild an dieser Stelle. Von daher, wenn jemand Kritik zu der Formulierung hat, die ich jetzt auch bisher berechtigt finde, wäre es super, wenn man auch mit einem Vorschlag rauskommen würde, wie es zu formulieren wäre. Da, der Vorschlag kann da jetzt zuerst die Erste haben. Jeder Mensch ist ein Individuum, jeder hat dieselben Rechte. Der Nächste? Aber ich würde einfach sagen, das ist noch eine Art Antikoden, verdient die gleichen Chancen. Entschuldigung. Könntest du die Redner? Ganz konkret, wir haben festgestellt, dass wir alle nicht gleich sind und insofern haben wir auch nicht dieselben Chancen. Wenn wir beispielsweise körperlich anders sind, haben wir nicht die gleichen Chancen, dieselbe Zeitpunkt näher zu laufen. Damit müssen wir uns abfinden. Aber eine Bewerbung oder irgendwas, soll jeder gleich bewertet werden und die Chance haben oder irgendwelche Mittel? Das klingt aber an der Stelle anders, weil Chancengleichheit wird oft angeführt von der FDP, die halt sozusagen die Grundvoraussetzungen schon weglässt. Und sagt, okay, alle Kinder mit sechs gehen mit gleichen Chancen in die Schule und alle haben die gleichen Chancen, ein Abi zu machen und zu studieren. Was einfach sozusagen die Grundvoraussetzungen aus der Acht lässt. Deswegen ist Chancengleichheit, würde ich an der Stelle nicht anführen. Also das können wir später vielleicht an einer passenden Stelle anführen, aber nicht unter Gleichheit oder gleiche Rechte. Du da hinten, von dem ich weiß, wer du bist, genau du und dann hier der Christian. Also da war es jetzt nicht ganz klar, ob es eine exakte Formulierung hier geben muss oder ob ich mich hier erstmal versuche, das Inhalt nicht klar zu kriegen und mache eine bessere Formulierung später. Ja, weil da stand ja eben, jeder ist gleich, also eigentlich inhaltlich, jeder ist gleich, jeder Mensch ist gleichwertig. So haben wir es verstanden, vom Inhalt. Das Wort gleich sagt natürlich was ganz anderes aus, nicht so intelligent. Aber wenn man uns vielleicht hier hingehen kann, kann man mal einig sich auf den Inhalt und versucht dann bessere Formulierung später zu finden. Ich möchte vorschlagen, dass wir die perfekte Formulierung vielleicht zurückstellen, soweit wir uns einig sind, dass wir dasselbe meinen. Und ich bin sehr zufrieden mit der Formulierung zuerst mal hier, wir haben gleich die Rechte und sonst kommen wir nicht eigentlich auf das Wesentliche, nämlich auf die Werte. Der ganze Text ist ja ziemlich lang und wenn wir da an jedem Wort die perfekte Bedeutung suchen, ich denke, das ist schade und die Zeit. Also das Wichtigste, dass wir das selber meinen. Was ist das mit dem Diskriminieren? Das müssen wir auch nochmal, ich hatte schon überlegt, ob ich dazu einen Workshop mache, vielleicht morgen. Was bedeutet eigentlich Diskriminieren? Vielleicht sollten wir das Wort mal... Unterscheidung aufgrund von Kategorien. Genau, Diskriminieren bedeutet eigentlich unterscheiden. Und da sind wir schon wieder so ein bisschen an dem, jeder Mensch ist gleich, man darf keine Unterscheidung machen. Das Wort ist, deswegen macht man ja solche schönen Fremdworte, weil dann weiß keiner so genau, was gemeint ist. Aber jeder kann es irgendwie immer dem anderen anhängen, du diskriminierst mich ja jetzt gerade oder so. Das ist schon wieder so, ja, sehr stark interpretierbar. Das ist eine Ansicht, glaube ich, an den Staat, der Staat soll nicht diskriminieren. Das ist sozusagen... Ja, selbst der Staat, der Knuck hat gerade zu Recht gesagt, es können nicht alle dieselbe Zeit laufen auf 100 Meter. Das heißt, der Staat muss dann auch schon wieder diskriminieren im Sportunterricht, meinetwegen, wenn wir da eine Benotung weiterhin haben. Ich greife da jetzt mal einfach so ein bisschen ein, weil ich mir das Moderatorenrecht hier vorher ausnehmen lasse. Ich gebe dir recht mit dem Interpretieren. Ich sage den anderen Satz, den wir auch interpretieren können. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also, die Dinge müssen interpretiert werden, müssen vielleicht auch mal wieder neu interpretiert werden. Für mich ist das jetzt aber gegenüber dem, was wir vorher da stehen hatten, durchaus so ein Fortschritt, weil jeder Mensch ist gleich, das hat mir eingeläuchtet, das war wirklich, das traf es nicht so gut. Und ich gebe zu, dass man so diskriminiert noch sehr viel sagen kann, ich fände auch von Slot dazu nicht schlecht. Die Idee ist halt, eine kurze Formulierung zu haben und dann natürlich diese Dinge auch auszuarbeiten. Also da eine Position zu haben zu den Sätzen, die wir hier machen, die halt mehr und fast als nur zwei Sätze sind. Also, man kann in meinen Augen diskriminieren und es gibt sozusagen drei Bedeutungen heutzutage im Alltag. Das eine ist, dass man Menschen abwertet. Also, dass man möglichst gruppenweise, also dass man sagt, was ich, der hat so und so eine Nase oder so und so eine Haarfarbe oder was auch immer Hautfarbe und das ist ja weniger wert. Die zweite Bedeutung ist, dass man Menschen ausgrenzt. Dass man sagt, hier, was ich, wir machen unsere Treffen immer im dritten Stock und es gibt keinen Fahrstuhl. Und wer halt nicht, wer hat Bewegungsproblem, mobilitätseingeschränkt ist, der ist halt damit ausgegrenzt. So wird das Wort auch verwendet. Obwohl wir das vielleicht noch nicht mal selber merken, dass wir das tun mit den Leuten. Ja, passiert es. So, und das dritte ist eigentlich noch die ursprünglichste Bedeutung. Das heißt nämlich, dass man eben unterscheidet zwischen Menschen. Aber jetzt in dem Zusammenhang, wie das Wort heute verwendet wird, meinen wir das auch in dem Sinne, dass man unterscheidet, dass man Unterscheidungen macht, die nicht legitim sind oder die nicht nötig sind. Es gab irgendwann mal so ein Experiment. An irgendeiner Uni haben sie irgendwie zwei verschiedene Kassen gemacht. Und bei dem einen stand, hier sollen sich die Ausländer anstellen und hier sollen sich die Deutschen anstellen. Und das, die wollten einfach mal untersuchen, was die Leute jetzt machen. Ob die jetzt rebellieren oder ob die sich dann an der falschen Schlange anstellen oder ob alle ganz brav machen, was man ihnen sagt. Und das ist nur so ein Beispiel, wo man sich fragen kann, warum müssen in der Mensa sich die Ausländer woanders anstellen als die Staatsbürger. Aber andererseits gibt es natürlich Situationen im Studentenbüro bei der Dematrikulation, wo es auch vielleicht diese zwei Schalter gibt. Und das hat seinen Sinn, weil die eine andere Spezialisierung haben, da mit den Ausländern sprachlich und weil die eine andere Prozedur haben. Das heißt, diese dritte Bedeutung von Diskriminieren ist immer schwierig, weil es geht immer darum zu bewerten, ist in diesem Fall eine Unterscheidung sinnvoll, notwendig oder nicht. Beziehungsweise ist sie vielleicht implizit irgendwie abwertend, nämlich wenn sie nicht notwendig ist. Also dieses Wort ist einfach, wir können ja gerne morgen nochmal weiter diskutieren, aber ich finde es da extrem. Wahrscheinlich meint ihr ja, dass man nicht Menschen irgendwie verachten soll oder abwerten soll oder sowas. Ich finde, alle drei Sachen sind Diskriminierung, die du aufgezählt hast. Ich habe jetzt mal die drei Begriffe hingeschrieben. Könntest du dich damit identifizieren? Ja, dann würde ich sagen, unnötige Entscheidungen. Aber da sind wir schon in dem Bereich, wo man immer das gut schwingen kann, das ist nötig oder nicht. Also das sind Unterscheidungen als unnötige Merkmalerfassung. Also ich sehe das als sozusagen eine große Überschrift mit zwei Sätzen. Wir können da nicht alles reinpacken, wo wir eventuell Ausnahmen dafür machen müssten. Sei es, weiß nicht, Förderung von Schulkindern oder sozusagen irgendwie Familienpolitik oder Gendering oder Dinge, wo man vielleicht Ausnahmen braucht. Auch Schwangerschaftsrecht oder sowas, ja. Aber als grundsätzliches, in zwei Sätzen zusammengefasstes Wert finde ich das okay. Wir können jetzt aber natürlich noch irgendwie drei Seiten Ausnahmen definieren. Ne, es geht nicht um Ausnahmen. Der Begriff ist einfach extrem schwierig. Also ich habe diese Diskussion immer, mein Thema, was mich politisiert hat, war das Thema, ich bin eigentlich Jazzmusiker gewesen und ich kann keinen Tabakbauch ab. So, und jetzt gibt es immer diese Diskussion, bin ich jetzt diskriminiert, weil ich nicht in die Gastronomie normal reingehen kann, weil da geraucht wird? Oder es haben die anderen Recht, die sagen, ich werde jetzt diskriminiert, weil mittlerweile ist das Rauchen teilweise, also ist mehr oder weniger verboten. Wer ist jetzt diskriminiert? Das bringt uns überhaupt nichts, wenn da steht, wir sind gegen Diskriminierung. Das klärt überhaupt nichts. Das ist eine Abwirkung von Recht. Ja, aber dann schreibt hier eine Abwirkung von Recht. Wenn wir jetzt eben nicht über Diskriminierung reden und uns darauf nicht einigen können, dann können wir es auch gleich weglassen. Genau. Ich würde jetzt noch drei Leute nehmen, du hast dich gemeldet, der Christoph und der Christian und dich auch noch und dann moderiert der Jörg das mal weg. Also, nur ganz kurz zum Thema Diskriminierung, Diskriminierung. In diesem Zusammenhang finde ich halt die Unterscheidung als die Nachteiligung wäre. Der entscheidende Punkt ist, dass jemand aufgrund von individuellen Eigenschaften, die er hat, die ihn zum Individuum macht, benachteiligt wird. Und zwar strukturell. Das heißt, entweder vom Staat aufgrund von irgendwelchen Rechten benachteiligt wird, oder irgendwelche Rechte aufgrund individueller Eigenschaften voreinhalten werden. Das ist das Wesen, was ich da in diesem ersten Satz begegnetze. Ja, ich glaube, ich bin dran, oder? Du bist der Moderator. Ich bin nicht, dass man spricht. Ja, also das ist halt so eine Sache, was du gerade gesagt hast mit der strukturellen Benachteiligung. Die muss man halt erst mal als rein sozialwissenschaftlich gesprochen, als Faktum akzeptieren. Es gibt Resozialisationsprozesse in der Gesellschaft, die dazu führen, dass zum Beispiel Frauen seltener für Ämter kandidieren, und die sich auch so einfach nicht mit dem Schlagwort wegreden lassen. Und wegen denen im Übrigen dann teilweise auch in manchen anderen Parteien Quoten gefordert werden, die ja hier sehr umstritten sind. Und ich glaube, das ist einfach eine Diskussion, mit der wir uns, also so als Gruppe, in ein Spannungsverhältnis begeben, das sich jetzt glatteiseln wird. Also wirklich, ich meine, ich erinnere dann nur an die tolle Mailingliste hier in Hessen, wo das ja schon öfter passiert ist. Ja, aber damit geht es ja jetzt gerade um die Diskussion, dass wir dieses Glatteis eben vielleicht ein bisschen konzentriert haben. Also ich würde aufgrund der Diskussion, die wir jetzt haben, auf jeden Fall das diskriminiert erstmal da rausnehmen, weil das eben wohl doch zu stark belastet ist und auch als Kampfbegriff benutzt wird, und mich wirklich auf individuelle Benachteiligung zurückziehen. Wenn man dafür jetzt einen Konsens geben könnte, ansonsten müssen wir wirklich sagen, wir kommen an diesem Punkt, an dem zweiten Satz nicht zu Rande, müssen wir das Problem zurückstellen, um einfach mal zu einem anderen Punkt genau zu kommen. Entschuldigung. Ich habe einen grundlegenden Vorschlag zur Verfahrensweise, weil wir gerade an einer ganz offensichtlichen Stelle hängen. Es gibt Worte, die sehr viel transportieren, die wir auch erstmal nehmen, weil sie überall in Wertekontexten auftauchen, und es gibt Werte, auf die wir versuchen, uns zu einigen. Und es gibt zwischen beiden ein Sprachproblem, weil kein Wort eine klare Bedeutung hat. Menschen haben keine gleichen Rechte, natürlich nicht. Herbert darf Umsatzsteuer ausweisen, ich vielleicht nicht. So, soll ich deswegen fordern, dass alle hier im Raum das Recht haben sollen, Umsatzsteuer auszuweisen? Nein, also gleiche Rechte ist auch keine Forderung. Gleiche Chancen finde ich total wichtig, unter meinem Chancenbegriff. Die FDP hat vermutlich einen anderen. Wenn wir uns an den Wortbedeutungsdiskussionen jetzt aufhängen, dann kommen wir zu gar nichts. Dann kommen wir danach zu einem Haufen der Erkenntnis, dass wir sehr viele verschiedene Definitionen von Worten haben. Deswegen würde ich vorschlagen, von der Verfahrensweise her, dass wir solche gern benutzten Schlüsselworte bestenfalls sammeln und sie überhaupt nicht hinterfragen. Und auf der anderen Seite versuchen wir uns darauf zu einigen, was meinen wir. Und das wird vielleicht ein Gestammel über einige Zeilen, für das haben wir noch kein Wort. Und dann können wir danach gucken, ob das, was wir unter einem Punkt, es geht irgendwie so diffus um Gleichheit, etwas soll, etwas teilen alle Menschen auf der gleichen Ebene, was meinen wir damit. Danach versuchen wir zu gucken, passt eines der pauschal dafür benutzten Worte für uns alle oder brauchen wir halt ein anderes. Und möglicherweise passt dann Chancen, vielleicht auch nicht. Vielleicht passen Chancen, wir meinen es anders als die FDP. Okay, muss man mit leben. Die Sprache hat nur bestimmte Worte. Vielleicht passt dann was anderes. Aber wir kommen nicht vom Fleck, wenn wir uns darüber austauschen, was dies und jenes denn sei. Nur eine Bitte zur Verfahrensfrage. Danke. Gibt es jetzt noch Stichworte, die ich hier unter diesem Punkt drunter schreiben sollte, ohne jetzt noch weiter an der Formulierung zu arbeiten? Dann sagt sie mir und schreibe ich sie schnell auf. Chancen. Chancen. Irgendwo soll das Wort Chancen gemerkt werden. Artikel 1 Grundgesetz. Das haben wir, das Grundgesetz kommt nochmal extra. Das ist nochmal extra, weil ich glaube, das ist eigentlich das und die Würde des Menschen ist unantastbar. Man hat es, also der Menschenwürdebegriff mit Diskriminierung und Ähnlichem und hat das Verfassungsgericht schon Jahrzehnte beschäftigt. Und immer wieder wurde festgestellt, und wir haben es ja auch mal festgestellt, dass wir die Grundgesetzpartei sein wollen. Aber Grundgesetzpartei. Ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem nächsten Punkt, gerechte Verteilung. Wir haben auch jetzt für den BPD in Bochum, haben wir auch einen Antrag, Verteilungsgerechtigkeit, Wirtschaft und Grundsatzprogramm. Und gerecht konnte mir auch in der Mandelsitzung keine adäquate Definition geben. Okay, das ist aber nur, was jemand interpretiert. Also das ist jetzt nicht, es geht hier, das ist der Satz. Das ist die Überschrift und der... Das hier unten ist alles, das ist sozusagen von Vorarbeit, was jemand anders schon mal zu dem Thema gesagt hat. Das habe ich hier mit reingeführt. Der nächste Punkt, zu dem wir kommen werden würden, ist Freiheit. Das wäre allerdings über dem ersten Not, würde ich das sagen. Ja. Ja, oben, beim ersten Not. Also ich kann nicht viel damit anfangen, dass es heißt, alle haben die gleichen Rechte. Das kann so nicht stehen. Die Menschenrechte vielleicht, aber nicht die Rechte. Wir haben nicht alle die gleichen Rechte. Als Ziel. Hier ist es ein Ziel mit der Frage. Auch als Ziel haben wir und werden wir nie die gleichen Rechte haben. Es geht nicht um die gleichen Rechte. Das wurde, wir haben, das Recht bedeutet sehr viel. Nicht nur das eine. Und daher ist es so ein bisschen schwierig. Es geht um Menschenrechte. Um welche Rechte geht es dann hier? Worum dann streiten wir uns? Es geht nicht um allgemeine Rechte, sondern es geht meiner Meinung nach nur um Menschenrechte. Es geht nicht um zu sagen, ich habe auch das Recht mal was weiß ich hier zu spielen, ich habe das Recht da rein zu gehen, ich habe das Recht das auszustellen, ich habe das Recht was weiß ich mal zu machen. Darum geht es nicht, sondern es geht um die gleichen Menschenrechte unter den gleichen Voraussetzungen. Grundrechte und von Chancen, aber es geht wohl auch um die gleichen Rechte. Entschuldigung, jetzt sind wir wieder an der Formulierung. Es sind noch mehr Punkte. Ich habe jetzt noch aufgenommen, dass eben Rechte hier gemeint ist im Sinne von Menschenrechte, im Sinne von vor dem Gesetz gleich. Nicht im Sinne von, der darf mit meiner Frau schlafen. Also das sind Klarstellungen, man muss das präzisieren, aber man muss irgendwo auch mal eine Formulierung haben, da kann man die noch erläutern, was man darunter versteht. Entschuldige, ich habe auch das Recht mit einer Frau zu schlafen, wenn sie es will. Ja, das geht hier definitiv nicht. Alle Rechte bei gleichen Voraussetzungen. Du hast das Recht, um eine Frau zu werben, wie jeder andere auch. Aber du hast überhaupt kein Recht. Ja? Nein, klar. So, können wir jetzt zum Beispiel mal Freiheit weitergeben? Das Recht kannst du ja anklagen, das andere wollen nicht. Also, wo wollen wir? Freiheit. Wir stehen für ein möglichst freigestaltbares Leben aller Menschen. Für eine Gesellschaft sind Regeln notwendig, aber diese sind minimal zu halten. und niemanden in seiner Entfaltung zu stören. Mathus. Also ich habe damit grundsätzlich ein Problem. Es gibt zwar diese Formulierung, ja, wir sind sozusagen alle frei und nur in der Aussage der Rechte durch Einschränkung anderer eingeschränkt. Aber wenn man zum Beispiel dann im Bereich Umwelt denkt, dann muss man da zum Beispiel auch zukünftige Generationen mit eindenken oder sowas. Möglichst viel Freiheit ist schon ein Ziel, aber es hat halt schon Einschränkungen im Bereich Rechte anderer oder auch Umwelt- oder Ressourcennutzung. Okay. Und die Verantwortung. Ich würde möglicherweise den Begriff Freiheit durch Selbstbestimmung in Spannungsprovisionen Fremdbestimmung setzen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler generell seit Platon, dass wir um Freiheitsbegriffe uns streiten. Eigentlich geht es um immer in unserem auch sozialen Leben, um Selbstbestimmung in Fremdbestimmung. Das ist der Kontext, in dem sich sehr viel abspielt. Aber gerne Kritik. Das war ein Plus. Ich wollte es eigentlich schon ähnlich sagen. Also das schließt jetzt zwar noch an, das ist ja auch, ich hatte auch überlegt, das so ein Slot zu machen, zwischen Handlungsfreiheit und Willensfreiheit zu unterscheiden. Also das klingt mir sehr noch nach Handlungsfreiheit, heißt jetzt soll man machen können, was man will. Aber das Konzept von Willensfreiheit, also von Selbstbestimmung geht vielmehr daran, dass man sagt, jeder, und das ist ja auch ein Weg, das ist nicht, also die Aufklärung ist ja, wir sind sozusagen jetzt nicht aufgeklärt heute, sondern die Aufklärung ist ein Weg, der sagt, die Leute, die sollen die Möglichkeit bekommen, also von der politischen Seite her. Und das Ziel des Einzelnen sollte sein, dass er sich selbst sozusagen kennenlernt, um seinen eigenen Willen überhaupt zu erfahren und zu entwickeln. Und natürlich hat es dann auch was mit Verantwortung zu tun. Und nicht, also da finde ich, muss man sehr aufpassen, dass wir nicht in so einer FDP-Schiene rutschen, jeder soll machen, was er will. Ich habe eine Frage, wer kann mir deutlich machen, warum im ersten Satz möglichst spät? Ja, weil es Einschränkungen gibt dazu, also du kannst halt nicht sozusagen dein Leben schrankenlos frei gestalten, sondern du hast dich halt schon an gewisse Gesetze zu halten oder an sozusagen Regelungen, um nicht andere zu benachteiligen. Können wir dann das möglichst vielleicht ersetzen durch etwas, was das ausdrückt? Das ist ein Wort. Ja, bitte, ich sage ein Wort. Ich habe mich gerade, ja, ich wollte erst mal nachfragen, wie möglich verstanden wird von euch da drin. Ich würde gerne Freiheit an Verantwortlichkeit koppeln. Ich nehme mal den Christoph und dann dich da hinten. Ja, also das Problem bei diesem Freiheitsbegriff ist ja eigentlich, dass, also der Freiheitsbegriff, zumindest in der modernen Philosophie und der Begriff der Gleichberechtigung, die verschränken sich. Das Problem ist, wir haben ein Spannungsverhältnis zwischen der möglichst großen individuellen Freiheit, die ich in meinem privaten Lebensraum habe und dem Fakt, dass sich die privaten Lebensräume aber dann irgendwo auch überschneiden. Also in dem, was wir Öffentlichkeit nennen, aber teilweise auch in quasi privaten Tätigkeiten auf dem Markt oder bei der Bewirtschaftung von Allgemeingütern und Ähnlichem. Und, also deswegen kommt man auch zu der, also gleichen Freiheit oder so. Und man muss halt sehen, also ich habe zumindest es immer so verstanden, dass die Piratenpartei halt ein sehr, oder die Piratenbewegung, sage ich mal, um das nicht auf diese Partei zu beschränken, ein sehr starkes Partizipation ermöglichendes Element hat, wo halt versucht wird, diesen privaten Lebensraum möglichst frei von Eingriffen zu halten, aber auf der anderen Seite dann eben diesen öffentlichen Bereich so auszugestalten, dass die Menschen alle möglichst eine Chance bekommen dort, auch für ihre Interessen, aber auch gemeinsam irgendwie diesen öffentlichen Raum, naja, ich sage mal, bewirtschaften zu können. Ob das jetzt eine Ökonomie sein muss als Wirtschaft oder irgendwas Soziales oder so, spielt ja erstmal keine Rolle. Also dieses Verhältnis zwischen öffentlich und privat muss man auflösen, um überhaupt über diese Begriffe sprechen zu können. Also ich habe jetzt von verschiedenen Äußerungen gehört, dass Freiheit sicherlich nicht absolut zu sehen ist. Ich persönlich habe mit dem Absatz, um niemanden in seiner freien Entfeilung zu stören, auch ein bisschen ein Problem. Ich finde aber genau dieser Satz hier, der ja auch nicht von uns ist, drückt genau dieses Spannungsfeld sehr gut aus. Und den würde ich eigentlich da gerne, genau um das hier, für eine Gesellschaft sind Regeln notwendig, aber diese sind minimal zu halten. Und wie groß diese Regeln sein müssen, das ist eben genau durch den Satz, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und diese Grenze ist natürlich immer wieder neu zu ziehen und immer wieder zu verhandeln, aber das drückt es für mich eigentlich aus, was hier an Workman geht. Ich würde deshalb gerne das in den Text oben mit aufholen. Da nehme ich jetzt nicht da hinten, dann Markus, dann Christian, dann wäre jetzt. Ja, wir hatten den Grundsatzantrag 4.4.4.8, der bezieht sich auf den Bereich Wirtschaft und den haben wir auch auf Grundwerte aufgebaut. Und da haben wir zum Punkt Freiheit geschrieben, Freiheit ist eine Gesellschaftsordnung, in der die individuelle Entfaltung des Menschen im Mittelpunkt steht. Sie wird durch das Gemeinwohl sowohl gestärkt als auch beschränkt. Deshalb sind Freiheit und Verantwortung untrennbar miteinander verbunden. Das war die Kurzfassung für in diesem Antrag, in dem ich mir gestellt habe. Welcher Antrag war das? 4.4.4. Markus? Ja, also ich fand halt auch diese beiden ersten Sätze bekannt. Grundsatz und die Einschränkungen nur durch die Recht des Anderen als unzureichend aufgrund von allgemeinen Gütern oder Kressforcen. Ja, ich habe mal ein bisschen in unsere alten Sachen gekramt und mir ist aufgefallen, wir haben damals rausgekommen in Frankfurt am Manifest, ich kann mich vielleicht noch daran erinnern, auch den Begriff Freiheit eigentlich mal sehr ausgiebig definiert gehabt, in Bezug auf die Piratenverteilung, die wir Freiheit definieren könnten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoll wäre, das ist ein bisschen längerer Absatzthema auf dem Wiener aufzuholen, weil da ist halt auch der Freiheitsbegriff ziemlich genau definiert für uns, da hat man auch gesagt, Freiheit ist immer auch Freiheit der Andersdenkenden, Freiheit ist ein gesellschaftliches, ein verpflichtendes Verhältnis von Menschen zueinander, nur jene Gesellschaft ist frei zu nennen, in der tatsächlich die freie Entwicklung des Einzelnen zur solidarischen Entwicklung aller beiträgt. Neben einem individualistischen Verständnis von Freiheit ist ein kommunikatives Substantiellen, die wechselseitige Anerkennung von Fähigkeiten, Bedürfnissen und Wünschen ermöglicht erst eine gelingende demokratische und soziale Praxis. Die Wirksamkeit von moralischen Normen beruht auf der Erfahrung der Anerkennung, der Kooperation und der Solidarität. Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung entstehen im Zusammenspiel mit anderen. Die wechselseitige Wertschätzung ist das Fundament der Bemöglichung von individueller Autonomie. Diese Autonomie ist dieses Selbst, ist nicht einfach da, sondern muss entwickelt, bis wein erkämpft werden. Und dazu haben wir dann auch nochmal den Franklin-Satz natürlich auch mit dabei, der Freiheit ausgibt. Aus Sicht der Piraten sind Freiheit und Demokratie konstitutiv für alle gesellschaftlichen Handlungsfelder. Gewählte Repräsentanten des Volkes haben die Freiheit zu schützen, nicht abzubauen. Und dann halt nochmal unser beliebter Franklin-Satz, den wir ja auch seit Jahren schon gerne benutzt haben. Kann ich das irgendwie... ...verdienter-manifest.de Guck nicht so. Man muss ja nicht alles aus dem Manifest mögen. Aber den Bereich fand ich sehr gut. Erik, du wolltest? Ja, ich wollte nur nochmal... Das finde ich jetzt auch vor allem auch von Arne sehr gut. Diese Selbstentfaltung. Das hier ist mir alles noch zu äußerlich, ja. Dieses Freigestaltklare, das ist dann so, ich weiß nicht, ich habe das Recht ins Kino zu gehen. Das ist ja in Ordnung. Aber diese Selbstentwicklung, diese Selbstentfaltung sind für meine Begriffe wesentlich wichtiger letztlich als Freiheitsziele. Und da ist der Kant in diesem Fall mit diesem Satz auch zu wenig. Also das ist natürlich sowieso, das ist ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, oder? Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Aber das, was nicht eine Selbstverständlichkeit ist, glaube ich, ist dieses, dass man wirklich sagt, ja, komm zu dir selbst, oder was auch immer, entfalte dich. Das war wirklich das Schöne. Und auch nimmt man fest, fand ich gut. Gut, ich würde dann vorschlagen, ich habe das jetzt, wie gesagt, es ist alles ja noch nichts, wir haben ja keine Anträge momentan. Das ist, alle Antragskristen sind momentan rum. Und daher wird das Ergebnis, das wir hier haben, sicherlich erstmal wieder im Wiki und im Pad zu sehen sein. Und weitere Arbeit da natürlich auch erwünscht, um dann letztlich zum Antrag zu kommen. Deswegen würde ich jetzt auch hier zum nächsten Punkt kommen. Solidargemeinschaft. Warum? Wir sind eine Solidargemeinschaft, die Stärkeren helfen den Schwächeren. Die Stärkeren helfen den Schwächeren. Solidarisch sind sie aber nicht nur gegenüber Schwächeren, sondern auch gegenüber allen. Der Gedanke des Weltbürgertums inhalt merkt man sich nach auch Solidarität. Ja, zum Zekt zur Solidarität. Also, ja, ich öffne die Diskussion. Das würde ich sofort übernehmen. Bitte lauter reden. Ob der Begriff Eigenverantwortung in diesem Kontext etwas zu suchen hat. Befragen. Meine Meinung dazu, ich verstehe unter Hilfe nicht die Hilfe, also vielleicht muss man den Griff Hilfe dann nochmal definieren, weil es geht mir nicht um Hilfe, deswegen bin ich auch mit dem Stärkeren und Schwächeren nicht so einverstanden, weil das so ein Hierarchiebild ist, sondern das Untereinander finde ich eine ganz tolle Formulierung. und eben Hilfe als Unterstützung und nicht als, ich gebe dir was damit und du bist abhängig von mir. Also so, wenn man das so, weil wir ja sagten, worum geht es, wie man es formuliert, ist nochmal eine andere Frage. Naja, vielleicht sollte man den Begriff der Hilfe sogar rausnehmen und ersetzen durch, wir stehen füreinander ein oder sowas in der Art. Es geht auch gerade dabei, das sind Werte, die wir nach außen tragen, also die wir politisch umsetzen wollen als Staat. Und da finde ich dieses Wir, also dieses, ist es so eine freiwillige Geschichte, die ihr damit meint, oder ist das sowas wie eine, ich weiß Ihnen nicht, wir haben sozusagen ein Steuersystem, was sozusagen Leute zwingt, solidarisch zu handeln. Aber das klingt halt im Moment recht, ja, dieses Charity-mäßige aus dem USA. Ich denke mir, was dahinter stehen sollte, ist eigentlich, dass das eigene Handeln nicht nur auf die eigenen Vorteile reflektiert wird, sondern auch auf die Auswirkungen für die Gemeinschaft. Ja, es geht ja um das, das gesellschaftliche Bild, das wir anstreben. Und wie genau wir das ausdefinieren, dann zeigt sich dann irgendwann anders. Das ist ja so sehr übertrieben. Für meine Begriffe ist das auch dann im Kontext, wenn wir uns vorher einig sind, dass wir unter Freiheit und so weiter diese Selbstentfaltung haben wollen, dann ist es klar, dass unsere Art von Hilfe nicht diese Art von entmündigender, hierarchisch, also quasi eine verdeckte Machtausübung sein kann. Also wenn ich jemandem so helfe, dass er nachher schlecht, also mehr entmündigt oder weniger selbstentfaltet ist als vorher, weil er jetzt von mir abhängig geworden ist, dann ist es... Es geht nicht um Abhängigkeit. Ja, oder als Gnadenakt, er mir, weil ich jetzt charity-mäßig, jetzt muss er mir aber irgendwie besonders dankbar sein, oder ich kann mit ihm machen, was ich will, weil er ist ja jetzt... Also, die Fett sollte auch da sein, oder... Ach, das war jetzt nur dein Punkt. Das würde ich, ehrlich gesagt, da offen lassen, weil wir wollen nur, dass es passiert. Aber wahrscheinlich muss man es großen Teil staatlich organisieren, aber wir wollen ja nur, dass es passiert, oder? Ja, das ist ja nur das Ziel, oder? Es ging um die Richtung, also ob das mehr in die Gemeinde ist. Es geht nicht um die Richtung, was machen wir, wenn wir jetzt die Macht haben und im Staat sind, ja, sondern es geht wirklich um unser Gesellschafts-Tät. Nochmal als Verstärkung. Ja, es ging mir inhaltlich darum, sozusagen, wie das Verstehen ist, weil hinter den Worten ja verschiedene Bedeutungen stehen und ich wollte halt nur wissen, wie das halt von Leuten gesehen ist. Nur deswegen, also, ja, auch als meine Meinung, ich finde den Begriff wir da passend, ja, weil wir, das ist unser, das Bild, das wir gerne für eine Gesellschaft hätten und das wir gerne irgendwo vorantreiben würden. Wie wir das dann im Konkreten vorantreiben, meine ich, das ist ja dann die Frage der Ziele, die wir daraus dann ableiten, der einzelnen Ziele, ja. Ja, also im Bereich, was weiß ich, Sozialpolitik oder im Bereich Gesundheitspolitik oder wie auch immer, ja, dort, wo dieser Punkt eben eine Rolle spielt, ja. Aber der Punkt an sich ist erstmal eine Selbstentfaltung. Ja, ich glaube auch, also der Begriff der Selbstentfaltung, den du, Erik, eben benutzt hast, der ist vor unserem Hintergrund, also vor dem Hintergrund des Internet, aber auch der Piraten, ein Duktus zu verstehen, der eigentlich völlig neu ist. Also es ist sowas wie eine gemeinschaftliche Selbstentfaltung, die es früher in dem Sinne nicht geben konnte, weil wir gesamtgesellschaftliche Kommunikation über Instrumente wie Hierarchie oder Geldfluss und sowas abgebildet haben. Während jetzt diese, also Kommunikationsmöglichkeiten dazu führen, dass wir auch andere Möglichkeiten haben, also auch gemeinsam sowas wie Selbstentfaltung zu, naja, zu generieren. Und in vielen Ideen, die auch programmatisch tatsächlich bei uns entwickelt werden, also wie schaffen wir es im Bereich der Drogenpolitik vielleicht ein bisschen Verbraucherschutz einzuführen und sowas, die Idee vom BGE oder auch so die Geschichten mit dem ÖPNV und so, da spiegelt sich das meiner Meinung nach sogar ziemlich massiv wider. Das ist eine Unterbrechung vom Schlupfführer. Siehst du jetzt Selbstentfaltung als Punkt unter Solidargemeinschaft? Weil da kann ich dir nicht ganz folgen. Nein, das Problem ist eben, dass dieser neue Duktus der gemeinschaftlichen Selbstentfaltung, das ist jetzt ein Arbeitstitel, ja, aber, dass der ganz stark bei uns mitschwingt. Und dass dieser Begriff Solidargemeinschaft ist ja eher vor diesem teilenden Hintergrund aus dem letzten Jahrhundert, also Hierarchie, Geld und so zu sehen, während wir, also jetzt auch als Mini-Gesellschaft Piratenpartei, ganz neue Wege gehen, wie man sich gegenseitig eigentlich unterstützen kann, jetzt mal abgesehen von solchen alten Mechanismen. Aber es geht doch immer noch um Unterstützung, oder? Es geht doch immer noch darum, dass Kranke Krankenversicherung bekommen und alte Rentenversicherung. Ja, natürlich. Ich möchte dir jetzt auch keine Buzzwords liefern oder sowas. Das ist nur, um den Gedanken aus anzuregen. Vielleicht ein Satz noch zu dir, Markus. Warum ich das auch gut finde, dass wir da WIR stehen haben, weil bei der Linkspartei würde da stehen natürlich, der Staat soll machen und die bösen Unternehmer sollen für die Solidarität. Das sage ich jetzt mal so zugespitzt. Das finde ich deswegen gut. Also, ganz kurz, wir denken, also mit den Begriffen Krankenversicherung, BGE, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, denken wir schon wieder im Festgift für gut Strukturen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass, wenn jemand krank ist, sozusagen Maßnahmen erfährt, damit er wieder gesund werden kann. Wie auch immer das organisiert wird, ob das im Rahmen einer Krankenversicherung oder sonst wie, das ist mir jacken wie die Hose. Gut, dann leuche ich es wieder. Ich würde eigentlich dann jetzt demnächst zum nächsten Punkt kommen. Es sind noch wichtige Beiträge an der Formulierung oder so, dann jetzt los. Ich möchte eine Frage stellen, und zwar, das Wort Schutz ist ja oftmals Solidarität. Und Schutz gehört ja echt miteinander, hängt sehr, sehr stark miteinander zusammen. Aber Schutz ist ja auch oftmals eine ganz, ganz große Unfreiheit. Wenn wir, wir können Leute zu Behandlungen bei Krankheiten ja auch swingen. Oder wir weisen sie in der Psychiatrie ein, wir wollen die Jugend schützen, wir wollen alles Mögliche schützen. Das kann ja alles unter diesem Solidaritätsaspekt sein. Und da würde ich einfach gerne Vorschläge noch hören, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Rahmen der Solidarität. Aber ich kann dazu jetzt keine Antwort bieten. Ich hätte gerne irgendwas mit dem Begriff Schutz gewusst. Der Schutzbegriff ist sozusagen immer ein Schutz gegenüber dem Staat. Das wurde in letzter Zeit durch diese ganzen Terrorgesetze sozusagen als Schutzbegriff für den Bürger undefiniert. Der Staat versucht den Bürger irgendwie zu schützen, ist aber eigentlich nicht sozusagen Aufgabe des Staates. Also sozusagen die Grundrechte sind Schutzrechte gegenüber dem Staat. Wenn du sagst, okay, so etwas wie jeder hat Anspruch auf Gesundheitsversorgung oder sowas, das ist ja dann sozusagen kein Schutzanspruch. Wie solidarisch gehen wir mit Kindern um, wenn die Eltern aus religiösen Gründen einfach nur eine homöopathische Behandlung haben wollen? Werden diese Kinder dann geschützt und bekommen sie trotzdem eine herkömmliche Behandlung? Das ist ja alles der Solidaritätsaspekt. Also das sehe ich jetzt eigentlich nicht als Solidaritätsaspekt. Ich habe jetzt hier Abgrenzung zu Schutz geschrieben, weil hier geht es wirklich um den klaren Aspekt, nicht irgendjemandem Hilfe aufzuzwingen. Das hatten wir, glaube ich, vorher schon in dem Punkt vorher zu der freien Entfaltung, wo wir ja auch sozusagen den Schutz haben, dass Leute sozusagen aufgeklärt werden. Das heißt, wir wollen, dass Kinder sozusagen auch Bildung erfahren. Das heißt, wir haben so etwas wie eine Bildungspflicht sozusagen, würde ich da auch rein interpretieren wollen, dass wir sozusagen sicherstellen, dass die Personen die Möglichkeit haben, sich freiheitlich zu entfalten. Und wenn Leute das unterdrücken wollen, dass sie halt dann diese Freiheit dieser Person unrechtmäßig einschränken. Ich möchte nicht gegen meinen Willen geschützt werden. Ich möchte gerne auch, dass ich vom Staatswilfe oder Staatsvermeidung in der Wollengemeidung in der Maßnahmen geschützt werde und gefragt. Zum Beispiel, ich möchte auch sterben, weil ich möchte und nicht, dass jemand anderes darüber entscheidet. Also, die letzten Punkte verstehe ich nicht. Wieso wird das alles unter Solidargemeinschaft hinein interpretiert? Ich glaube, da reden wir über andere Punkte, wenn ich da mal so... Ja, das ist ja klar. Wir haben noch mehr auf der Liste da. Also, wenn das, was ihr jetzt sagt, nicht da drauf ist, dann müssen wir das vielleicht noch ergänzen dann. Aber wieso ist das jetzt alles unter Solidargemeinschaft zu sehen? Meine Frage, um Gesellschaft der gegenseitigen Unterstützung, ist das hier gesellschaftlich gemeint? Oder meint ihr Gesellschaft der gegenseitigen individuellen Unterstützung? Alles? Alles. Ich bin mir da nicht sicher. Es geht nicht nur, ich würde das jetzt so verstehen, dass es nicht nur um staatliche Unterstützung geht. Es geht auch um die Hilfe für die Nachbarn. Also, wir stehen für eine Gesellschaft, wo wenn jemand ein Verlängerungskabel braucht und ich habe eins, dann hole ich es aus der Tasche und gibt es ihn. Es geht natürlich auch um staatliche Programme, aber es geht zunächst mal, das, was da steht, schränkt sich nicht auf staatliche Verteilung, dass jeder gleich viel Geld hat. Und auf Solidarität als Grund, als Leichtbild für eine Gesellschaft. Das ist ja das Verlustikum von den Werten, dass das eben Dinge sind, wo es eben nicht darum geht, das macht der Staat, sondern das ist ein Wert in der Gesellschaft. Das ist ein Wert in der Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ja, so verstehe ich das. Können wir nicht vielleicht doch mal zum nächsten Punkt kommen, bitte? Ich glaube, wir kommen deswegen auch nicht wirklich weiter, weil offensichtlich, wir hängen wieder an einem Wort, jeder mit Solidarität ganz unterschiedliche Aspekte verbindet. Du wirst nervös, weil in deinem Solidaritätsbegriff kommt der Schutzbegriff nicht vor, der gehört unter einen anderen Punkt. Bei anderen Leuten gehört der Schutzbegriff unter einen Solidaritätsbegriff mit der gleichen Legitimität. Deswegen sind wir durchaus aus richtigen Gründen in einer Schleife und wir sind auch die ganze Zeit bei Solidarität mit dem Verantwortungsbegriff beschäftigt. Der ist doch eigentlich schon durch. Nee, der ist nicht durch. Es wäre möglicherweise von der Abwicklung her hilfreich, wenn du ein neues Dokument mit wenigen Worten anfangen könntest, nur so als Hinweis, weil ich finde es sehr unübersichtlich. Und wir transportieren bislang eine Begrifflichkeit, also eine Trennung von sechs, acht Kategorien, die auch aus Traditionen, aus einem individuellen Verständnis, was die Kernbegriffe sind, erwachsen ist. Und das würde jeder hier, würde sechs, acht Kernbegriffe anders voneinander separieren. Die hängen aber, was Christoph zu Recht gesagt hat, alle zusammen und die hängen auch alle zusammen in Hinsicht darauf, dass wir vielleicht genau diesen Zusammenhang neu verstehen wollen und auch heutzutage neu verstehen müssen. Deswegen ist es auch ein bisschen egal, an welchem Begriff wir uns gerade abarbeiten, weil wir arbeiten an etwas hinter diesen einzelnen Begriffen und wir müssen nicht die Liste abarbeiten. Also würde ich jetzt mal sagen, damit kommen wir danach nur zu einer Liste, wie es schon andere Listen gibt und eine gute Liste stellt unser Grundgesetz dar, um viele Punkte abzuarbeiten. Was ich sehr wichtig finde, ist diesen Verweis auf die Werte. Die Frage, soll der Staat dieses übergehendes, wir sollten das Wort Staat vielleicht die nächsten halben Stunde mal rauslassen. Höchstens in der Frage, dass es ein Wert sein muss, was verstehen wir unter Staat. Also was ist überhaupt die Idee, was der Staat soll. Ob man irgendwas regeln soll. Solidarität hat nichts damit zu tun, dass der Staat Solidarität regeln soll. Solidarität ist die Hinterfragung eines Wortes. Ob man es staatlich regelt, ist eine ganz andere Frage. Und ich würde echt vorschlagen, diese Frage, welche Aufgaben wir uns von dem Staat vorstellen, komplett zurückzustellen im Moment und höchstens als einen der Punkte am Ende anzunehmen. Ich würde gerne mal die Wortbedeutung erfragen. Werte. Also es wird jetzt ein bisschen viel Zeit stressen, wenn ich jetzt, die, die sind ja jeweils nur ein Satz, ne? Ja, für jeden Punkt ist immer ein Satz praktisch. Ich habe halt die Gedanken, die dazu sonst schon geäußert worden sind, weil ich dachte, es hilft vielleicht, wird jetzt zu viel Zeit, wenn ich das irgendwie anders gestalten will. Außerdem, auch irgendwann muss man mit anfangen, mit Dingen, die man immer wieder iteriert, iteriert. Also ich würde einfach, trotz deiner berechtigten Kritik, einfach weitermachen. Und zwar jetzt mit dem nächsten Begriff, weil ich sehe die Probleme mit Solidargemeinschaft auch und dass vielleicht mein Begriff auch ein bisschen eng ist. Ich habe aber hier ja schon Abgrenzung zur Schutzbevormündung schon mal mit aufgenommen und weitere Sachen werde ich dann auch Gelegenheit bieten. Ich veröffentliche das hinterher. Da kann jeder noch sich dazu äußern. Wobei ich eben auch wieder immer wieder editieren werde. Also versuchen werde ich die Sachen zu verfeinern, ja? Nicht, dass wir hier wieder ein Pad haben, wo 500 Zeilen drin stehen und es muss auch immer wieder kondensiert werden. Grundrechte. Man sieht aber, dass wir da auch so lange brauchen. Grundrechte werden geschützt und gestärkt. Da möchte ich mal einen Punkt, den mir jetzt zugänglich unter den Finger gekommen ist, hervorheben. Der Deutsche Bundestag führt in der Tat eine Liste der für nichtig oder verfassungsgültig erklärten Bundesgesetze. Und es gibt eine Übersicht, das ist eine Bundestagsseite, auf der stehen 176 Gesetzesänderungen, die alle vom Bundesverfassungsgericht zurückgenommen wurden. Seit 1990. Fand ich eine tolle Liste. Also der Passus Grundrechte werden geschützt und gestärkt, fand ich erst überflüssig. Aber seitdem ich das da gesehen habe, sage ich, gehört bei uns rein. Übrigens ein super Spruch auch für irgendwelche Infostände oder so. Ja, 176 Gesetze oder Paragraphen, die vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärten. Aber das geht doch nicht um Trittrecht. Bevor ich hier die Redeliste gerade eröffne, das habe ich ja geschrieben. Das ist allerdings ein ideales Ziel und das ist schon kein Wert mehr für eine Partei, finde ich. Das ist schon eine Stufe drunter und so ein Überbegriff für ein paar Programmpunkte. Ja, also es gehört für mich auch nicht unter die Diskussion, die wir momentan führen. Weil es ist ja, also Rechte und Gesetze sind Mittel, um Ziele zu erreichen. Und Gesetze sind keine ethisch-moralischen Zielvorstellungen, sondern sie versuchen halt sozusagen Umsetzung davon zu sein. Und deswegen sehe ich das halt hier nicht unter piratigen Grundwerten. Also das ist, wir hatten das Thema Rechte ja auch ganz oben bei Punkt 1 und der Freiheit. Da kann man das vielleicht irgendwann mal subsumieren wieder. Ja, ich denke auch, Grundrechte sind kein Grundwert. So wichtig Grundrechte sind, aber sie haben nicht dieselbe Bedeutung wie Freiheit oder sie haben nicht dieselbe Bedeutung wie Gerechtigkeit. Sie sind praktisch dann die Umsetzung der Grundwerte. Wenn wir das überspringen sollen, weil das kein Wert ist, sollte ich immer alle riechen, wenn wir das... Ach, wie schön. Oh, toll. Hallo. Hallo. Ja, willst du einfach zum nächsten Punkt hüpfen? Aber ich sehe das richtig, dass wir das jetzt hier als eigenen Punkt rausnehmen, ja? Das gehört mir einfach, ja. Gut, klar. Ja, ich würde da widersprechen, weil es geht ja nicht um die Grundrechte an und für sich, sondern dass die einen besonderen Schutz haben sollen. Und das wäre dann unser Wert. Ist die Grundrechte einen besonderen Schutz von uns, dass wir die besonders schützen müssen? Nein, wir schützen die Ziele. Wir schützen die Ziele mit Hilfe von Grundrechten. Also, wir schützen die Ziele mit Hilfe von Grundrechten. Also, das ist halt ein Tool und nicht das Ziel. Erik, wie lange ihr jetzt noch schreibt, wie ist los? Grundrechte im Grundgesetz sind ja auch konzipiert als Abwehrrechte und dann erst als Leistungsrechte. Und das auch erst durch Rechtsprechung, wenn ich das noch richtig aus der Literatur weiß. Deswegen, es geht ja dann bei Grundrechten immer sozusagen in Bezug zum Staat. Also, ich fange es auch überlappend. Ich nehme es jetzt erstmal raus, vielleicht kommt es an einer anderen Stelle wieder rein. Also, das ist immer als Konsensum. Ich scrolle jetzt weiter. Ah, unser Lieblingsbegriff. Ganz korrekt. An dieser Stelle möchte ich, auch wenn wir jetzt eng mit der Zeit sind, eine kleine Auflockung einbringen. Ich nehme jetzt gerade den Text. Nächste Sekunde. Er tanzt in seinen Namen. Nein, er tanzt nicht. Ich dachte, wir müssen meinen Taschen halten. Ich dachte, wir müssen jetzt lange schicken. Das macht mir Angst. Mr. P. sagte, Mr. P. sagte, Sie hätten ja durchaus das Recht, zu geeigneter Zeit Vorschläge und Proteste zu äußern. Zu geeigneter Zeit, schimpfte A. Zu geeigneter Zeit, zum ersten Mal habe ich etwas davon gehört, als gestern ein Arbeiter bei mir aufkreuzte. Ich fragte ihn, ob er zum Fensterputzen gekommen wäre. Und er sagte, nein, er sei gekommen, um das Haus abzureißen. Natürlich hat er mir das nicht gleich gesagt. Nein, erst hat er ein paar Fenster geputzt und auch noch fünf Pfund dafür verlangt. Dann erst hat er es mir gesagt. Aber Mr. D., die Pläne lagen die ganzen letzten neun Monate im Planungsbüro aus. Oh ja, als ich davon hörte, bin ich gestern Nachmittag gleich rübergegangen, um sie mir anzusehen. Man hatte sich nicht gerade bemüht, die Aufmerksamkeit darauf zu lehnen. Ich meine, dass man es jemandem gesagt hätte oder so. Aber die Pläne lagen aus. Lagen aus? Ich musste schließlich erst in den Keller runter. Da werden sie immer ausgehängt. Mit einer Taschenlampe. Tja, das Licht war wohl kaputt. Die Treppe auch. Aber die Bekanntmachung haben sie doch gefunden, oder? Ja, ja, sagt der A. Ja, das habe ich. Ganz zuunterst in einem verschlossenen Aktenschrank, in einem ungenutzten Klo, an dessen Tür stand. Vorsicht, bissiger Leopard. Vielleicht kennt der eine oder andere das Buch. Das ist auch ein Aspekt von Transparenz, der viel vergessen wird, wenn man hier oben von Publikationen aller Dinge und aller Listen und alle Protokolle und alle Streamings und so weiter redet. Und es geht nicht nur darum, dass die Dinge alle zugreifbar sind, sondern dass man auch etwas findet unter den ganzen Veröffentlichungen. Wer versucht hat, einen Kreishaushalt zu lesen, der weiß, es gibt keinen Platz, in dem man bessere Ausgaben verstecken kann, als in einem Kreishaushaltsdokument von 900 Seiten. Transparenz kann man als Wert sehen, muss es aber nicht als Wert sehen. Wenn es hier gleich Kritik gibt, würde ich aber ganz gerne wissen, welcher Wert denn hinter dem Transparenzgedanken steht. Nachvollziehbare politische Entscheidungen. Das ist Partizipation. Ich gehe jetzt einfach mal hier von links die Reihe durch. Kuhmeier war schon so lange ruhig. Unglaublicherweise. Nachvollziehbarkeit. Und zwar zeitnah. Christian, Erik, Jens. Teilhabe. Teilhabemöglichkeit. Woran? An meinem Kuchen oder woran? An dem, die Frage von Stefan war zu Recht, was steckt hinter Transparenz für einen Wert? Dahinter steckt der Wert, dass Teilhabe möglich sein soll. Transparent sein muss das, an dem ich teilhaben können soll. Ich weiß nicht, ob es später noch kommt. Ich würde teilhaben, wieso habe ich als Wert noch im Hinterkopf den Jürgen Erdmann, der leider nicht da ist. Dann sieht das so überhaupt als Grundwert der ganzen Partei, als das über Bord. Kommt das noch, Jörg? Dann würde ich da vielleicht auch später darüber reden wollen. Nicht als eingestelliger Punkt, nur in das Stichwort. Ah, okay. Vielleicht könnt ihr hier rein. Erstmal jetzt Erik und Jens. Also ich denke auch Teilhabe ist das Entscheidende. Oder Partizipation. Aber Teilhabe ist ja schön. Oder Beteiligung ist Möglichkeit. Und Transparenz ist wirklich nur ein Mittel zum Zweck. Weil ich kann natürlich nicht, also wegen dem Kuchen, ja, dann können wir es noch ausdefinieren. Das ist natürlich Beteiligung an politischen und gesellschaftlichen Prozessen, Entscheidungsprozessen, Diskursen, was auch immer. Transparenz ist wirklich nur ein Mittel zum Zweck. Weil wohl, da kann ich natürlich nicht Teilhabe. Ja, man könnte Transparenz als Mittel zum Zweck oder nicht als Wert ansehen. Ich sehe es als die grundsätzliche Garantie, jegliches staatliche Handeln nachvollziehbar, zwar im Nachhinein nachvollziehbar, als auch im Vorhinein, was im Sinne der Teilhabe vorausschaubar zu gestalten und eben nachvollziehbar zu gestalten. Und zwar für jedes Individuum, das den Staat ausmacht, nämlich jeden in der Gesellschaft, und zwar ohne Einschränkung. Und dann tritt es für mich zum Wert, dieses Ziel zu verfolgen. Ich sehe auch in Transparenz keinen Grundwert, sondern auch eine Mitte zum Zweck. Und wir hatten es in diesem besagten 444-Antrag so formuliert, wir hatten gesagt, Verantwortung und Transparenz sind wesentliche Prinzipien einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Es berührt deshalb die Freiheit, weil Transparenz ja erst die Grundlagen schafft, Entscheidungen freitreffen zu können. Wenn ich nicht intransparente Prozesse habe, dann kann ich dann ja gar nicht meine freie Entfaltung und meine freie Entscheidung wagen. Ich bin Peter, du magst den Kuh. Bin ich jetzt schon? Ja. Ja, also im Prinzip, es wurde gerade das gesagt, was ich sagen wollte. Es ist für mich auch kein Wörter da in Unheimlich wichtiges Instrument. Und, um die Werte und Ziele zu erreichen. Das ist ganz wichtig. Markus? Ich finde, es ist halt auch nur eine Voraussetzung sozusagen. Also das Ziel, das Gesellschaftsbild ist glaube ich eine offene und aktive Zivilgesellschaft, die ihr Zusammenleben gemeinschaftlich offen organisiert. Das sind sozusagen Auswirkungen, wie man den Staat organisiert zu dieser aktiven Zivilgesellschaft. Und dazu ist dann sozusagen Transparenz eine Voraussetzung, wie dieser Staat organisiert sein muss. Aber ich glaube, das Gesellschaftsbild ist ja eigentlich, dass wir eine möglichst offene, pluralistische Gesellschaft haben, die sozusagen sich auch aktiv mit Politik beschäftigt und wo jeder an den gemeinschaftlichen Entscheidungen partizipiert. Und dazu gehört halt sozusagen dazu, dass man, wenn man Entscheidungen gemeinschaftlich treffen möchte, dass halt die Informationen und Daten, die der Entscheidung zugrunde liegen sollen, auch offen sind, damit jeder auf Grundlage von den vorhandenen Studien, Informationen oder Positionen dann auch seine eigene Meinung dazu bilden kann. Deswegen sehe ich Transparenz als Voraussetzung für den Aufbau des Staates und das Gesellschaftsbild halt, dass wir eine möglichst offene und aktive Zivilgesellschaft haben wollen. Ich sehe Transparenz wirklich auch als Wert, weil es nämlich die Möglichkeit gibt, sich einfach umfassend zu informieren. Und zwar Informationen zu jedem Zeitpunkt über diese Abläufe, die in unserem Staat stattfinden. Und zwar in unserer Gesellschaft, die von uns allen geprägt wird und durch die Exekutive sozusagen gelenkt wird. Und das muss für jeden einfach da sein, dass er sich die Informationen holt, welche Abläufe stattfinden, welche stattgefunden haben und die Ergebnisse zustande gekommen sind. Und das ist, denke ich, ein Wert für den Weg, der hier stehen soll. Wenn du dich unterbrechen willst, würde ich es auch die Reihe noch, ich kann dich machen, da sind auch ein paar. Dann würde ich dich da hinten nehmen, dann dich da hinten und dann den Erik. Der Markus redet zu viel. Sag doch auch einen Namen, den wir machen, oder? Wenn der nächste reinkommt. Ich, also Robert aus Wiesbaden. Dieser ganze Transparenzbegriff ist ja aus dem Schmerz geboren. Und zwar aus dem Schmerz, dass die wahrhaftigen Motive der Mächtigen uns gegenüber nicht veröffentlicht sind. Also was wollen wir? Einblick. Gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der vollständige Transparenz überhaupt gar nicht leistbar ist, nicht mal von uns, wenn wir uns zum Beispiel über irgendwelche Konzepte den Kopf zerbrechen und das öffentlich machen. Was vielleicht eine ganz dumme Idee ist an manchen Stellen. Also ist Transparenz gar kein Wert an sich, sondern eine Forderung zur Offenlegung der wahrhaftigen Motive und der wahrhaftigen Abläufe, die hinter irgendwelchen Aktionen stehen. Ob von uns oder von den Leuten, die die ganze Sache im Moment regieren. Daher ist Transparenz kein Wert, sondern es ist eine Vorgehensweise, die noch dazu kontextabhängig überlegt werden muss, an welcher Stelle wie viel Transparenz geschaffen wird. Das ist aber abhängig von der Motivlage und damit sozusagen ein dermaßen komplexes Feld, was sich damit eröffnet, dass der eigentliche Wert dahinter ist, ganz dahinter meiner Ansicht nach Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Offenlegung der eigenen Motive und auch Einblick in die Motive der anderen. Also ein reiner Wert ist es so nicht. Ich kann dem größtenteils zustimmen, weil es für mich ist kein eigener Wert, aber es schützt einen Wert. Wobei der Wert, der dahinter steht, für mich die Selbstbestimmung ist. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal wurde es hier schon angesprochen. Der ganze Informationsgehalt. Ich kann die Selbstbestimmung eigentlich nur dann richtig wahrnehmen, wenn ich richtig informiert bin. Und damit schützt das meine Selbstbestimmung. Das andere ist, wir haben auch weiter oben ja so ein bisschen eingeschränkt, Freiheit ein Selbstbestimmungsbegriff bei anderen Endes. Und es muss wirklich geben. Das heißt, ich gebe Sachen weg von meiner totalen Freiheit. Und werde dann und kann dann sehen, was damit passiert. Also von dem, was mir schon weggenommen wurde, sozusagen. Diese Einschränkung. Und damit heißt es so, diese Selbstbestimmung. Ich will beiden Vorregern zustimmen. Man könnte vielleicht auch ergänzend oder statt der Wahrhaftigkeit von Auffriedlichkeit sprechen. Was auch ein Wert ist, sozusagen, der noch fehlt. Den wir vielleicht auch ein bisschen in den Transparenzbegriff reinmischen. Und ich will nochmal davor warnen. Interessanterweise, Knut, deine Argumentation für Transparenz als Wert war dann doch immer, weil damit erreiche ich das und das und das. Also du hast es im Grunde so argumentiert, dass es doch immer nur ein Mittel war, um wieder was anderes zu erreichen. Und ich darf nur davor warnen, dass man Transparenz als Wert etabliert. Weil es da ist, zumindest der Punkt, wo man sich überlegen kann, ob nicht zu Recht in der Piratenpartei auch irgendwelche totalitären Bestrebungen vorgebrochen werden. Und natürlich ist Transparenz an bestimmten Punkten im Widerspruch zum Persönlichkeitsrecht, äh, Datenschutzrechten, Privatsphäre. Und es ist im Gegensatz möglicherweise, wenn wir es auf den Staat alleine beziehen, dazu, einfach zu der Realität, wenn wir uns militärisches oder wirtschaftliches Handeln vorstellen, wir können nicht sozusagen jetzt jeden Tag im Wiki lesen, was unsere Geheimdienste gerade machen. Und auch nicht, was unsere Polizei und ihre verdeckten Ermittler gerade machen. Es ist einfach, es geht einfach nicht. Der Markus hat noch einen kleinen, kurzen Satz. Es gibt durchaus einen Wertaspekt, und zwar, wenn wir eine Partei auftreten und unsere Mitarbeit offen gestalten wollen, finden wir es wichtig, also wir legen Wert darauf, dass wir transparent sind, dass wir unseren Prozess offen gestalten. Ansonsten gibt es diesen Staatstransparenzbegriff, was sozusagen dann ist, wie wir als Gesellschaft das Ding sozusagen aufbauen wollen. Aber wir als Partei legen halt Wert oder, sozusagen, finde ich es wichtig, dass wir selbst transparent offen sind. Aber damit Leute teilhaben können. Und eben zum Beispiel, das ist scheißegal, ob ich jetzt gerade diese Twitter-Nachrichten, ich war gerade auf dem Klo und habe so und so eine Wurst gelegt. Das ist genau dieser Schwachsinn auch. Ich meine, da ist es noch harmlos, da ist es nur Schwachsinn. Aber es führt auch zur Verstopfung von Informationskanälen. Ich möchte hier mal kurz zu bedenken geben, es würde ziemlich seltsam, also wenn ich irgendwo irgendwas lese in der Presse oder mit irgendjemandem rede, was die Parade im Fall macht, dann ist das zweite Wort garantiert, das sind doch die mit der Transparenz. Also uns jetzt hier dieses Begriffs zu berauben, und auch dieser Widerspruch, Privatsphäre für den Bürger, Transparenz für den Staat, ich glaube, auch damit sind wir überall umgekommen. Und die Argumente und was dahinter steht, das ist ja alles richtig. Aber jetzt zu sagen, nein, Transparenz ist für uns kein Wert, das erstaunt mich doch etwas. Auch wenn es vielleicht philosophisch gesehen kein Grundwert im Sinne der Menschenrechte ist. Das ist ein ganz wichtiges Mittel. Das ist ein Tool. Das müssen wir auch nicht streichen. Aber es ist ein Ziel für uns. Das ist ein Tool. Ja, es ist ein Ziel. Wir können das ja... In Ruhe, dort, wir nehmen jetzt den Christian, dann nehmen wir dich. Niemand hindert uns dran, es in der Öffentlichkeit als zentrales Mittel zu vertreten. Aber wenn wir... Ich meine, das tun wir auch. Und ich glaube nicht, dass sich das durch diese Diskussion hier irgendwie ändern wird. Aber die Frage ist ja doch wichtig, ist das ein Wert, aus dem sich unsere Ziele zum Beispiel generieren lassen. Und wenn das eine Grundwertediskussion ist hier, dann ist das eine Grundwertediskussion und keine Diskussion über die außenwirksamen Begriffe. Ich bin der Jörg Peter und er hat bereits am Anfang gesagt, dass eben unser Programm soll sich zusammensetzen aus jedem Ziel. Und genau da ist genau die Grenze mit der Transparenz. Die Transparenz ist kein Wert, sie ist ein Ziel, um die Werte zu unterstützen. Ich glaube, es geht auch bei Transparenz um die Außenwahrnehmung. Und was die anderen so denken, wenn sie es ja was wollen, die beraten mit so transparentem Gewicht direkt, dass jeder uns damit verbindet. Oder sie beraten mit Transparenz und in fast jedem zweiten Satz fangen sie damit an. Ja, ihr wollt doch transparent, was ist das und was denkt ihr? Und es ist noch nicht vermittelt worden eigentlich nach außen, zumal es ja noch nicht hier richtig sozusagen kommuniziert ist, weil jeder etwas anderes damit verbindet, so wie ich das jetzt auch sehe. Eine Latte von Möglichkeiten sind ja dabei entstanden. Das ist noch nicht so genau definiert und man weiß im Grunde nicht so genau, was man damit tatsächlich so nach außen transportiert. Das ist meiner Meinung nach noch offen. Ich verstehe vielleicht auch ein bisschen anders als alle anderen in der Transparenz. Ich verstehe Ehrlichkeit und weiter Transport von Wissen nach außen. Was zum Beispiel ich als Individuum, als Mensch in dieser Gesellschaft lebe und was ich erlebe, möchte ich dann auch zumindest über mein Individuum. Was geschieht mit mir, welche Optionen stehen dann mir offen, welche sind da, habe ich auch das Wissen dafür, über diese Optionen. Und wenn ich das Wissen habe, dann habe ich auch sozusagen das befreiende Wissen, wo ich dann mich als Bürger, Bürger, Mensch in dieser Gesellschaft fühle. Und wenn diese Transparenz dann mir das ermöglicht, über mich selbst und über die Optionen, die für mich vielleicht zur Verfügung stehen oder auch über mich schweben, weiß, dann denke ich, da herrscht Transparenz. Das verstehe ich so als solche für mich. Und da müssen wir kommunizieren, wir müssen auch mal irgendwie sagen, das meinen wir damit. Und ich meine jetzt nicht, dass jeder mal überall weiß, zum Beispiel welche Grundstücke werden verkauft und welche Stadtverordnetenversammlungen jetzt über was redet und so weiter, um Gottes Willen. Aber es wird in dieser Richtung immer wieder diskutiert, vor allem von den anderen Parteien, so wird über uns hergefallen. Und da müssen wir auch immer sagen, Moment mal, wir haben einen Grundsatz und das bedeutet das und das und das. Das ist das Programmpunkt. Wir haben noch, ah, neun Minuten, es lohnt mich, den neuen Punkt anzufangen. Ich würde jetzt sagen, ich lasse es hier noch gerade drei Leute versagen und dann komme ich mal zum Abschluss. Dann würde ich nämlich noch den, oder? Vorher würde ich gerne noch eine Frage drauf, und zwar jetzt gesagt worden, es sei eben, es kristallisiert sich aus dem Meinungsbild hier heraus, es sei eben kein Grundwert, sondern ein Ziel. Dann würde ich aber gerne noch von den restlichen Rednern noch mal eine Idee dazu haben, aus welchem Grundwert denn wir das Ziel Transparenz ableiten würden. Dann Moment, Peter, dann der Christoph, dann der Christian da hinten und dann der Peter und ein wenig kurz fassen, wenn es geht. Also ich finde das völlig klar, aus welchem Grundwert sich das ableitet. Das ist der Wert der Demokratie. Also meines Erachtens wollen wir einen demokratischen Staat, wo Bürger die Möglichkeit haben, am politischen Teil zu haben. Und dafür ist eben dieses Werkzeug der Transparenz, also eine Voraussetzung. Das wurde auch alles schon vorher gesagt. Also ich meine, das gibt es eigentlich seit gut auf dem Plakat war, das aussagte mit saufem Text, wir stehen für radikale Demokratie, also für eine Dezentralisation von Gewalt, am besten auf alle Bürger, sodass wir halt gleichberechtigten politischen Proteste haben. Das ist meiner Meinung nach das, was hinter dieser Transparenz steht. Das ist auch nicht das, was ich wieder kurzfassend verstehe. Christian? Ich halte mich kurz. Ich bin wirklich auch der Mann und Transparenz eher Wahlprogramm-Ziel der Partei. Ich finde den Begriff Aufrichtigkeit von Erik extrem stark und ich finde das durchaus einen Grundwert, den wir wirklich verkaufen könnten und der durch die Transparenz ermöglicht wird. Vor allem auch die Aufrichtigkeit der anderen Parteien. Peter? Ja, ähnlich. Das ist nochmal nach meiner Erfassung. Es dreht sich ein bisschen, weil es ist ein Kreis, weil letztendlich müssen wir uns darauf konzentrieren. Zu unterscheiden, was ist ein Wert für mich zum Beispiel, ein Wert wäre Toleranz, Freiheit und was ist ein Instrument, um irgendein Ziel zu erreichen. Das ist, die Transparenz ist für mich einfach einer der vielen Instrumente, würde ich sagen, sogar unverzichtbar, aber es ist ein Instrument, es ist kein Wert für mich und das wollen wir einfach unterscheiden. Okay, jetzt der andere Peter, den ich eigentlich weinte. Transparenz ist die Nachvollziehbarkeit der Organe im Staat. Denn der Staat umfasst eigentlich viel mehr als nur das, was ihr die ganze Zeit mit Staat gleichsetzt. Ihr meint die Regierung und ihre untergeordneten Einheiten. Wenn wir aber reden, Transparenz ist die Nachvollziehbarkeit der Entscheidung oder das Handeln der Organe im Staat, dann haben wir es ein bisschen präziser oder auch deutlicher in meinen Augen eine Herausforderung. Der Knut hat noch drei Worte. Recht auf Informationsfreiheit. Wow. Alles klar. Das war cool. Okay, ich fasse mal zusammen. Wir sind oft ein wenig uneinig, was überhaupt ein Wert ist und was nicht. Und wenn wir einen Wert haben, den wir alle als Wert anerkennen, dann sind wir uns nicht zwingend einig, was dieser Wert bedeutet. Worüber wir uns einig sind hier alle ist, dass wir das irgendwann mal ausformulieren sollten und den Konsens finden sollten. Die Frage ist, wie machen wir weiter? Ich finde, so ein 90-Minuten-Slot ist ein bisschen kurz. Ich werde mal der Hessen-Campus-Orga sowieso einiges anderes vorschlagen, dass wir das ein bisschen stärker themenbezogen machen und vielleicht mal sowas den ganzen Tag machen können. Ansonsten gibt es hier Ideen, wie wir da weiter vorgehen. Möchte da jemand sich den Schuh anziehen? Jörg zum Beispiel. Ich werde für morgen einen Barcamps-Slot vorschlagen, um die Punkte Internationalität, Denke selbst und Nachhaltigkeit doch nochmal zu diskutieren. Weil das sind nämlich nur noch drei und dann kommen die Stichworte. Und das müsste man in einem weiteren Slot durchkriegen. Ja, ich habe einen Vorschlag für den Barcamps für morgen und zwar eines der Themen. Und zwar, wir haben dieser Antrag PA444, der hat unter dem Titel Initiative Gemeinsames Piratisches Wirtschaftsprogramm. Der ist genau unter drei Grundwerten, nämlich Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit aufgebaut. Und da kann man auch ganz genau sehen, wie sich das Ganze entfaltet. Und man hätte, ich habe es vorhin gezeigt, man hätte die Ideen übereinander legen können und die hätten gepasst. Und insofern könnte man hier an einem ganz konkreten Antrag das, was hier angestrebt wird, durchziehen. Ich schließe mich so ein bisschen dem Stefan an mit der Ansicht, dass so 90 Minuten Slots ein bisschen kurz sind und auch so eine Plenumsdiskussion nicht immer zielführend. Es gibt moderative Renovationsmethoden, die solche Themenerarbeitungen möglicherweise ermöglichen, zum Beispiel im Waldcafé oder Open Space oder sowas, wo man in kleinen Gruppen, da man natürlich alle kleinen Gruppen wandert, also jeder darf an jedem Thema mitarbeiten. Und trotzdem diskutiert man an dem Thema jetzt nicht alles in der großen Gruppe. Also es gibt Methoden, nur die brauchen einfach mehr Zeit. Sowas in der Art würde ich vorschlagen. Das mal auch im Wartenskampus oder eines eigenen Thementals vielleicht auch mal zu machen. Dann gehe ich in den Tunerichworten, dann sage ich noch was und dann darf der Jörg was Abschließendes sagen. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, da einen eigenen Workshop draus zu machen. Und wenn sich jemand um den Raum kümmert und dann einlädt. Und ich glaube, das ist besser Face-to-Face zu diskutieren, wie wenn man das jetzt in irgendeinem Mammel oder Telco macht. Und weil es hier einfach ja doch direkter kommuniziert werden muss. Sonst geht es durch. Dann weise ich mal gleich auf den gleich kommenden Buzzword-Slot hin. Da werden wir auch viele Begrifflichkeiten diskutieren, was dahinter steckt. Und können uns da vielleicht für was zukünftiges was rausziehen. Wir müssen uns dort ja nicht kapern und über Werte reden. Habt ihr mit Sicherheit auch interessant mit Hinblick auf eine zukünftige Werte-Diskussion. Und ich freue mich, wenn da auch viele Leute gleich teilnehmen. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch und gebe dem Jörg den Schluss vor Ort. Danke. Also ich werde wirklich versuchen, morgen das nochmal aufzugreifen. Wir sehen, ob es eine Mehrheit dafür gibt. Mit so einem eigenen Termin habe ich immer ein bisschen das Problem, dass dann vielleicht wirklich nur die echt aktiven Leute dort kommen. Und hier hat man auch mal Leute dazwischen, die halt mal zum Hessenkamphof gekommen sind und auch ihre Meinung einbringen. Also man hat eine größere Vielfalt, als wenn man sozusagen einen Arbeitsworkshop zu genau diesem Thema macht. Da kommen halt, ja, dann ist man vielleicht ein bisschen unter sich und hat weniger breitgefächerte Beteiligung. Also im Zweifelsfall würde ich es eher für den nächsten Hessenkampus wieder auf die Agenda bringen und zwischendurch halt natürlich weiter an dem Thema arbeiten wollen, als jetzt das so absondern zu wollen. Ansonsten würde ich noch ganz zu Schluss darauf hinweisen, diese Verfahren, was der Reinhardt am Anfang vorgestellt hat, dafür gibt es einen Antrag vom Landesparteitag. Das werde ich dann im Wiki auch verlinken, dass wir den finden. Und für Feedback dazu in den nächsten zwei Wochen wäre ich dankbar, aber dann würde ich den nämlich noch modifizieren. Danke. Das ist ein Wettbewerb. 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 Das ist ein Wettbewerb.